Ja, hallo zusammen. Wir wollen ja jetzt hier unseren Graphen für die Schiffsfahrten über den Chiemsee, sehen wir hier rechts nochmal den Graphen, implementieren. Und dazu hatten wir uns ja bereits eine Grobstruktur angelegt, bestehend aus der Klasse Graph. Da sehen wir eine Knotenliste, eine Adjacenzmatrix für die gewichteten Kanten und zwei Methoden zum Einfügen von Knoten sowie Kanten. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, um einen Graphen nachher aufbauen zu können. Und die Knoten enthalten Datenelemente und die Datenelemente wiederum hier einen Ortsnamen, der dann beim Erzeugen eingegeben werden kann. Also das ist schon konkret für unseren Anwendungsfall gemacht. Und mit dieser Grobstruktur können wir jetzt in einer Extraklasse diesen konkreten Graphen hier rechts aufbauen. Das heißt, wir legen uns eine neue Klasse Schiffsfahrten an. Und die verwendet jetzt dann eben unseren Graphen. Also Public Class Schiffsfahrten. Und die verwendet die Datenstruktur Graph. Und diesen Graph kürze ich einfach mit G ab. Und im Konstruktor unserer Schiffsfahrten wird jetzt dieser Graph erstmal aufgebaut. Als erstes lege ich dazu nur mal die Knoten an, die ich dann anschließend in der entsprechenden Reihenfolge einfüge. Denn wir sprechen ja die Knoten über den Index aus der Knotenliste an. Und deswegen sollte man dann auch wissen, welcher Knoten hier in dem Graph rechts welchen Index trägt. Und das habe ich hier jetzt einfach schon mal mit den hellblauen Ziffern nummeriert. Von 0 bis 8. Wir haben insgesamt 9 Knoten nachher. An Array beginnt ja mit der Indizierung immer bei 0. Das sollte man wissen. Und Prim hier, das P, ist eben der erste Knoten. Also ich habe einfach links angefangen und mich dann hier so durchgearbeitet. Also, erst einmal legen wir genau in dieser Reihenfolge die Knoten an. Das heißt, wir erzeugen einen Knoten namens K0, passend zu dem Index. Und der kriegt ein neues Datenelement als Inhalt. Und das trägt den Ortsnamen Prim. Genauso geht es dann weiter. Knoten K1 ist ein neuer Knoten mit einem neuen Datenelement Herreninsel. Das ist das HI. Knoten K2 ist ein neuer Knoten mit neuem Datenelement Bernau. Und so geht es jetzt weiter. Das werde ich gleich noch fertig programmieren. Du kannst jetzt hier an der Stelle pausieren. Und die gerade genannten Sachen für dich übernehmen. Und eben auch noch die fehlenden 6 Knoten fertig anlegen. Und dann geht es weiter, dass wir den Graphen aufbauen. So sollten deine Knoten jetzt ausschauen. Also hier schon mal der Index quasi im Knoten Bezeichner mit drin. Und dementsprechend dann die Datenelemente mit den passenden Ortsnamen. Als nächstes müssen wir jetzt den Graphen erzeugen. Das heißt, unser G wird erzeugt. Also der Graph namens G. Und wir haben insgesamt neun Knoten. Das heißt, ich gebe jetzt auch genauso viel Platz, wie wir brauchen. Und füge die jetzt einfach der Reihe nach ein. Also wichtig, genau in der Reihenfolge wie oben, damit es mit der Indizierung passt, so wie ich mir das da rechts überlegt habe. Also dann Knoten einfügen, K0, G-Knoten einfügen, K1 und so weiter bis zum Knoten K8. Auch das kannst du jetzt wieder selber machen und kurz pausieren. Und dann geht es gleich weiter mit den Kanten. So, das sollte dann so ausschauen. Zugegeben, es ist viel Schreibarbeit jetzt, diesen Graphen hier aufzubauen. Aber das muss man ja zum Glück dann nur einmal machen. Und jetzt müssen wir uns die Knoten anschauen, wie die miteinander verbunden sind. Das heißt, wie wir die Kanten einfügen müssen. Also, nächster Schritt. Eine Kante einfügen. Und da brauchen wir ja die Information von wo nach wo mit welchem Gewicht. Das heißt, dieser Pfeil hier von Prien zur Herreninsel mit der Dauer 15, also dem Kost 15, geht also von dem Knoten mit Index 0 zum Knoten mit Index 1 mit dem Gewicht 15. Das heißt, genau diese Kante füge ich durch diesen Befehl ein. Und so muss ich das jetzt für jede einzelne Kante machen. Und zwar immer vom Startindex zum Zielindex. Und da helfen eben auch wieder hier diese hellblauen Nummern. Das kannst du jetzt auch wieder alleine machen, analog zu dem Beispiel gerade und das Video hier pausieren und dir dann danach die Lösung im Video anschauen. Und abgleichen, ob das so passt oder ob du vielleicht eine Kante vergessen hast. So müsste das dann bei dir ausschauen. Vielleicht hast du eine andere Reihenfolge gewählt. Die Reihenfolge hier beim Kanten einfügen ist natürlich egal. Weil da wird ja nur in der Adjacenzmatrix in dem jeweiligen Feld, also bei 2,1 zum Beispiel hier, die 2,23 eingetragen. Ob das früher oder später passiert, spielt keine Rolle. Aber diese Kanten solltest du haben. Und ich habe jetzt auch hier immer gleich hin und her quasi eingegeben, sofern es das gab. Und mich so systematisch durchgearbeitet. Und vielleicht auch jetzt hier nochmal an der Stelle pausieren und mit deinen Lösungen abgleichen. Gut, und damit ist der Graph jetzt komplett aufgebaut. Das Übersetzen liefert keine Fehler, das ist gut. Und jetzt können wir uns noch um die ersten Methoden kümmern, die sinnvoll sind, wenn man mit dem Graphen arbeiten möchte. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel die Fahrzeit von Start zum Ziel haben möchte oder wissen möchte, wo kann ich überall hinfahren, wenn ich auf der Herreninsel bin, dann weiß ich natürlich nicht, welchen Index dieser Knoten in meinem Graphen, in dieser Knotenliste hat. Und deswegen sollte es eine Methode geben, die zu einem eingegebenen Ortsnamen den entsprechenden Knotenindex raussucht für uns. Das ist einfach benutzerfreundlicher später, wenn wir dann nicht immer selber, so wie jetzt hier beim Aufbau, nachgucken müssen, welche Knoten welche Nummer trägt. Das heißt, wir programmieren uns hier folgende Methode. Das heißt, das Ergebnis sollte eine lokale Variable namens Index sein und die bekommt bei mir jetzt den Startwert minus 1. Das hat den Sinn, dass, falls dieser Ort überhaupt gar nicht existiert in meinem Graphen, der Index minus 1, der keinen Sinn ergibt, als Fehlerwert am Ende zurückgegeben wird. Das heißt, ich werde mir jetzt die Knotenliste aus dem Graphen holen und hier zwischenspeichern in einem Array aus Knoten. Das nenne ich auch genauso. Und dann hole ich mir eben die Knotenliste aus meinem Graphen raus. Das macht jetzt eben Sinn, dass die Klasse Graph, von dieser Klasse ist ja dieses Objekt G, das haben wir eben oben erzeugt, das verwaltet jetzt einfach die komplette Struktur. Und ich frage diese Struktur nur ab und speichere sie mir hier zwischen, damit, falls ich hier mal was Falsches mache, nicht den Graphen zerschieße, den ich gerade aufgebaut habe. So, jetzt haben wir also eine Kopie unserer Knotenliste aus dem Graphen hier gespeichert. Mit der kann ich jetzt arbeiten. Jetzt muss ich eben dieses Feld, diese Knotenliste durchgehen. Das machen wir mit einer Vorschleife, ganz klassisch. Wir fangen bei 0 an, also ganz vorne. Und wir gehen so weit, wie wir Knoten haben. Und in dem Fall weiß ich ja, dass es insgesamt 9 Knoten sind. Das heißt, wir laufen bis i kleiner als 9, weil das Array haben wir ja gerade so groß erzeugt, dass alle Knoten Platz haben und wir keine Lücken haben. Und dann i++ für das Ende zum Hochzählen. Und jetzt gehe ich jeden Knoten in der Knotenliste systematisch durch. Also, ich hole mir erst einmal das Datenelement von diesem Knoten, bei dem ich gerade bin. Von diesem Datenelement hole ich mir den Ortsnamen. Dazu haben wir da eine Methode Name geben. Das heißt, jetzt habe ich in dieser Variable Ortsname den Namen des Ortes, der in der Knotenliste an der Stelle i, da ist ein Buchstammdreher, gespeichert ist. Und jetzt muss ich überprüfen, ist diese Ortsname bei diesem Knoten mit Nummer i genau der Ort, nach dem ich gesucht habe. Das machen wir also über eine if-Abfrage. if Ortsname.equals, das ist ein bisschen besser als das Doppelte ist gleich, wenn ich Strings vergleiche, ob das genau der Ort ist. Wenn das der Fall ist, also der Ort ist der gesuchte Ort. Wenn das zutrifft, dann setzen wir unseren Index auf i. Weil dann haben wir den gesuchten Ort gefunden, und zwar genau an der Stelle i in meiner Knotenliste. Das heißt, der gesuchte Index ist auch i. Theoretisch könnte ich jetzt die Suche sogar abbrechen. Das heißt, ich müsste jetzt nicht weitersuchen, weil es sollte jetzt keinen zweiten Ort mit dem gleichen Namen geben. Der Einfachheit halber lassen wir aber einfach die Vorschleife bis zum Schluss durchrattern, und dann wird halt diese Bedingung nicht mehr erfüllt sein, wenn wir den Ort schon vorher mal gefunden haben. Ja, und wenn das einmal durchgelaufen ist, dann geben wir diesen gefundenen Index zu dem Ort eben zurück. Und noch mal kurz zur Erinnerung, falls der Ort gar nicht gefunden wird, das heißt, diese Bedingung immer falsch ist, weil ich meinetwegen nach München hier suche, dann ist der Index nach wie vor minus 1, dann wird der ja hier nie geändert, und diese minus 1 wird auch am Ende als Fehlerwert zurückgegeben. Am besten pausierst du jetzt und tippst die Methode dementsprechend ab, so wie hier gezeigt, und gehst es nochmal für dich auch durch, was hier eigentlich genau passiert. Wie gesagt, diese zwei Zeilen hier sind einfach nur dazu da, zum einen den Inhalt des Knotens an der Stelle i zunächst sich rauszuholen und dann den Namen des Ortes, der in diesem Datenelement gespeichert ist. Also kurz pausieren und abschreiben in dein BlueJ-Projekt. Also kurz pausieren und abschreiben, Untertitelung des ZDF, 2020